Ah, Schredder! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nöße mit Dirk und Klaus Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen Ist ein bisschen laut, oder? Ja, Alter, ich habe schon gedacht, ob ich die zu tief im Ohr habe Jetzt besser? Ja, ja, jetzt besser, ich höre mich nicht, aber ich höre mich ja so im Kopf Okay, gut, 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 gut Ja, wie sieht es aus? Hier ist ja einiges passiert Ja, ja, ja Hier ist es eine Tüte voller Plastikmüll Draußen im Wohnungsflur, wie du gerade siehst, stehen Zwei Kilo Papiermüll An Päckchen aus Pappe Ach, Prime Day war da Prime Day war da Mit seinem großen weißen Mantel Der Prime-Nachtsmann, ja Oh, der fällt mir gleich ein Erstes Thema, obwohl du ja schon eins jetzt angeschnitten hast Ja Jeff Bezos will bis 2024 den Mond besiedeln Bam, das ist gar nicht mehr so lange hin Ich hoffe, mit seiner Pimmeltransportrakete Ich bin ja immer schon ein bisschen misstrauisch, wenn ich von irgendwelchen Filmstudios höre Welche Filme sie noch bis 2020 oder so rausbringen wollen Aber 2024 den Mond besiedeln? Ich glaube, der wird parallel auch so vielleicht eine kleine Making-of-Kamera laufen lassen Wer weiß Ist es, weil man da keine Steuern zahlt auf dem Mond? Ja, und es ist ein geiler Zwischenstopp für den Mars Weil es da halt irgendwie Helium-3 in Hülle und Fülle gibt Ja, auch Gold Ja gut, ich weiß nicht, ob das für ein Antrieb richtig wichtig ist Nee, aber Für unsere Goldschmiede hier Die, diese Du willst ja schon mit ein bisschen Bling auf dem Mars aufschlagen Auf jeden Fall Dass wir halt auch am Tag, in der Nacht auch so ein bisschen Irgendwie das Glitzern haben im Himmel Am Himmel Ja, das finde ich sehr lustig, weil sie gesagt haben Sie haben ja noch gar keine Möglichkeit Dieses Helium-3 in dem Sinne Direkt in irgendwelche Antriebe zu packen Weil halt diese Fusionsgeneratoren halt einfach noch nicht in dieser Form existieren Aber es wäre halt interessant Aber unterm Strich könnte man halt auch die Marsreise natürlich direkt von der Erde starten Ja Es wäre halt einfach nur ein Prestigeding So wie es, wer war das letztens, der Vizepräsident gesagt hat Der erste Mann war ein Amerikaner Und die nächsten werden auch Amerikaner sein Ah, Mike Pence Ich hoffe, das hat er gesagt, als er gerade in dem Mexikaner-KZ war Zu Besuch Hat er, war er? Die war er, ja Aber was hat er gesehen? Er hat auch bestimmt wieder nur dieses gesehen Nein, nein Nein, sie kriegen jeden Tag frisches Wasser Die waren da aufgereiht hinter dem Maschendrahtzaun Und Mike Pence stand mit gekreuzten Armen Es ist so, wie wir uns das alles aufgemalt haben Das kannst du, es gibt doch dann eins zu eins natürlich auf Twitter sofort ein Bild daneben gestellt Wie Heinrich Himmler mit gekreuzten Armen vor dem KZ-Zahn steht Kein Unterschied Großartig Alles eine schwierige Kiste Eine schwierige Kiste? Umschreibt das ja ganz Nee, also wirklich Das ist, ja Zu Menschenrechte massiv getreten Also, wie er da steht halt Also diese Diese Art erinnert halt einfach so an die Nazi-Obersten Also wirklich halt so ohne Menschlichkeit Betrachtet die Leute halt, als wären sie Objekte Ja, aber ich meine, die Gesinnung ist ja keine andere Also sie haben, glaube ich, intern irgendwie für sich wahrscheinlich das Problem, dass sie sagen Ja, wir dürfen sie jetzt hier nicht hinrichten oder so Kriegen wir halt Publicity-Probleme Aber wenn sie selber halt dort halt umkommen Und wir alles mögliche dafür tun, dass es selbst passiert, dann okay Also es ist ja maximale Perversion, die da passiert Schön, schön Und sonst irgendwas Aufheiterndes erlebt Im Kleinen meinen mit Abstand schlimmsten Dreh seit langem Ah, für Pimmel-Mobilien Wir geben ihrem Pimmel ein Zuhause So Ja, genau Und ich hatte, ich wurde während des Drehs halt auch gefragt Weil ich das letzte Mal so richtig, richtig schlimm Dreh hatte Und dann habe ich gesagt, das war meine Kollegin Und ich meinte, ich bin emotional gerade hier so negativ gefangen Dass ich, mir fällt nichts ein, was so schlimm war Aber ich hoffe, schlecht bezahlt Ja, ja Also das Einzige ist halt natürlich wieder dies im Hinterkopf gewesen Ich habe Zeit Ja Ich glaube nicht, dass es irgendwo auftaucht, wo ich es halt angeben müsste Es ist ein Job wie Teller spülen Es verpufft so Hoffentlich so Das Geile war halt einfach nur, dass Also das Ganze passierte durch Unwissenheit Aber irgendwann kann man das nicht mehr entschuldigen Also wenn halt auch jemand sich gar nicht informiert Und dann Unwissen, keine Ahnung Also ohne Information, ohne jemals halt quasi was produziert zu haben Und das macht Nämlich das Lustige war Dass zu, ich würde sagen, zu 75, 80 Prozent Hat der Kunde selber das produziert Der hatte ein kleines professionelles Team von drei Jungs geholt Die quasi den Imagefilm gedreht haben Ja Ich weiß nicht genau, ob es da eine Position fix gab Ich glaube, die waren halt alles, was im technischen Bereich so Also ich meine, Kamera und Licht und Regie Ton wurde nicht genommen Weil sie Das war dann schon ganz gut wahrscheinlich Okay Aber das hast du ja in dem Moment schon gemerkt Das ist kein Bitte, Danke Es gab keinen Auslösungsplan Wenn du nach Einstellungen gefragt hast Dann haben sie gesagt, ja Dann wurde so bizarr Eine positive Einstellung Genau Dann wurde halt Hast du immer das Gefühl gehabt Die hatten noch nicht mehr die Begrifflichkeiten jemals gehört Ja Ja Ja, nee, hier Aus der Richtung machen wir nur so einen Take Ich so, oh, dann müsst ihr aber wissen, dass das auf Anne funktioniert Ja, nee, wieso Das schneiden wir ja dann Reden wir über das gleiche gerade Take ist ja in dem Moment die eine Aufnahme aus der Einstellung Und du machst ja so viele Takes, wenn du glaubst, dass es reicht und passt Und Bild und Ton Und eine mehr Genau Und dann meinte, nee, Take ist, wenn ich jetzt hier aus der Richtung dahin filme Wenn ich das aufnehme aus der Richtung, also auftake Take ist ja kurz für uptaken So, ja Und da habe ich gesagt, ich glaube, du meinst Einstellung Und, äh, nein Nee, an meiner Einstellung liegt es nicht, Dirk Und solche sind passiert Aber das Gute ist, dass alle anderen wichtigen Departments wie halt Maske, Kostüm Schon mal gehört von Catering Also sowas, was halt die Stimmung richtig zerstört am Set, wenn das nicht da ist Das fehlte halt alles Und ich habe das vorher halt gemerkt, man hat das ja schon mal, du mit Sicherheit auch Bei so kleineren Produktionen, dass dann die Maske dich anschreibt Äh, Kostüme dich anschreibt Und sagt, hast du vielleicht ein paar Klappen zu Hause Was hast du, was immer assi ist Und in der Regel sage ich immer, nein Selbst wenn sowas Dummes ist, wie hast du ein T-Shirt Diesmal war es so lustig, hast du so Basics, weiße T-Shirts Ich so, nein Hat jeder Aha, dann bin ich nicht jeder Ja, dann bring doch eins mit Und dann habe ich mit dir telefoniert Und ich dachte, ich telefoniere mit dem Kostüm Und dann habe ich gesagt, ja, du hast ja gesagt Wir sollen uns so ein paar Kleinigkeiten mitbringen Ist ein großes Problem Ich habe halt diese Basics, die du schreibst nicht Aber die hat doch jeder Ja, dann bringen sie doch mit, wenn sie jeder hat Meine Güte Und dann habe ich halt gesagt Naja, dann Also, ihr habt ja sicherlich ein paar Also als Kostüm ein paar Sachen vor Ort Äh, nee Und dann habe ich so als Scherz Kostüm hat ja immer Klamotten Es gibt ja keinen Also ihr bringt das Kostüm ja mit Ich meine das Kostüm-Department Und dann war halt so Pause Und dann meinte ich, ihr habt doch Kostüm-Department Nein Und organisiert ihr selber Kostüm? Nee, das haben wir ja geschrieben Deswegen sollst du was mitbringen Also ihr habt keine Klamotten Nichts Ihr habt nicht von wegen Wir ergänzen das durch eventuell dein Kostüm Sondern ihr habt keine Klamotten Ja, genau Ich sage, Alter, ich habe das noch nie Noch nie Also bei irgendwelchen Studenten-Kurzfilmen Mit wenig Erfahrung im ersten Semester War trotzdem Ich bring mein Kleiderschrank mit Von irgendwelchen, keine Ahnung Regisseur oder sonst was Dass die was mitgebracht haben Aber dass ihr sagt Wir haben nichts Bring was mit Und ihr schreibt halt Meiner, meinem Agenten Von wegen Wäre freundlich Wenn er eventuell etwas Und ich denke, das ist die Gleichformulierung Die ich immer höre und sage Ja, nee, habe ich nicht genau Ihr organisiert ja was Nee, wieso? Also ich habe ja gesagt Ihr sollt was mitbringen Also mein Department ist Schauspiel Und das decke ich ab Indem ich da bin und spiele Und mein Department ist nicht Maske und Kostüm Ja, aber man hat doch immer so Also ein bisschen überforderst du mich jetzt auch Ich weiß jetzt gerade gar nicht Was ich sagen soll Müsste, na dann Ich bringe was mit Und dann müsst ihr halt mal Gucken was Ja, tschüss Und da war die pissig Weil ich ihr halt einfach nur gesagt habe Was sie zu tun hat Und das hat sie in ihrem normalen Beruf halt nicht Ja Und Der Immobilienmaklerin ist, hoffe ich Ja, sie ist irgendwo da in dem Bereich halt tätig Ich weiß nicht, ob sie in dem Werbebereich Von der Firma tätig ist So, aber auf jeden Fall Sie hatte natürlich auch mitgespielt Und deswegen war sie da halt dann auch irgendwie Ein bisschen kribbelig Aber das war ja total gruselig Und dann hat sie sich bereit erklärt Selber von Bug Factory Trockene Laugenbrezeln mitzubringen Und ihre Kollegin losgeschickt Dass sie Wasser holt Somit gab es am ersten Tag Catering gab es halt Brezel und Wasser Ich höre doch gerade Ja, erzähl ruhig weiter Was ist jetzt passiert? Sirene? Es klingt so, als ob der Aufzug sich bewegt Oh mein Gott Der Aufzug bewegt sich Oder das Haus fährt runter Schwer zu sagen Also wenn der Fett ist Haus konsistent runter Naja Nee, der Aufzug bewegt sich nicht Oder Naja Jedenfalls Das klingt nur so Jedenfalls gab es dann halt Am ersten Tag Wasser und Brezel Und am zweiten Tag gab es die Drei, vier Restflaschen vom ersten Tag Und nichts mehr zu essen So bis Mittag oder sowas Somit hatte ich dann halt irgendwie 0,5 Flasche Wasser Über einen halben Tag verteilt Und ab und zu hast du mal Irgendjemanden gesehen Aus der Pressabteilung Irgendwie, der halt dann noch rumlief Mit einem Croissant oder einem Kaffee Die halt gerade beim Bäcker waren Also privat sich was geholt haben So eine Geschichte Und dann denkst du Alter Cool Ja, das war super von der Stimmung Das war auch Kannst du auch mal was tragen Kannst du mal kurz was Es geht ja schnell Kannst du auch mal was tragen Und dann gab es das Szenen wie Nee, ihr seid jetzt ein Paar Und wart in so einem Zimmer Und jetzt brauchen wir noch so eine Einstellung Das ist ja auch immer so ganz oft Bei so Besichtigungen Der Mann am besten Also ich will jetzt nicht das Klischee rausholen Aber der Mann macht das meist ja Kannst du mal an die Wand klopfen Wieso? Auf jeden Fall da ist Genau Weißt du, willst du das Mauerwerk jetzt testen? Ja, ja, genau Das macht man ja beim Bei Wohnungsbesichtigungen Ich sage, Alter Ich habe noch nie irgendwo an der Wand geklopft Nee, das macht man aber Okay Und dann habe ich halt einmal demonstrativ Weil dann Weil ich so wenig machen wollte Wie möglich Und die ganzen Frauen Die ganzen Personen, die von der Firma da waren Und die meisten waren halt Frauen Und ich sage Ey, 2019 Dann kann ja bitte auch irgendwie die Frau Söne Ja, ehrlich mal Und sind halt immer voll drauf eingegangen Und eingestiegen Und dann sollte sie dann halt die Wand klopfen Und ich sage Was ist das für ein bizarres Bild? Ja, nee, nee Das ist ganz normal Sicher, dass es kein Horrorfilm ist Und dann kommt so eine Hand Die sich langsam durch die Tapete drückt Wie der Poltergeist Vielleicht ist das das Pendant zu diesem Ich trete gegen den Autoreifen Wenn ich nichts von Autos verstehe Und einen Gebrauchtwagen kaufe Dann macht man ja gerne So Ja, vielleicht so was Das ist ein guter Test Wenn der Reifen abfällt Ja, dann Nicht kaufen Oder halt auch einfach mal So ein bisschen auf den Wagen drücken Dass man guckt Wie die Federung ist Ob man überhaupt nicht weiß Wie es normalerweise eingestellt ist Und was das bedeutet Aber das gibt es auch manchmal Dass die Leute gar nicht Oder sich den Auspuff angucken Und denken Na Und denkst Ja, was So Das Interessante ist Unterm Wagen Und das siehst du meist nicht Mach mal die LED-Unterbodenbeleuchtung an So Naja Und da Da kippte halt dann richtig die Laune Da war dann irgendwann auch so ein Moment Dass wir halt irgendwo saßen Endlich mal Und dann so Kommt ihr bitte Du hast nicht gesagt Doch, ich hab vorhin schon gesagt Dass ihr kommt So was Und dann gesagt Du hast gerade nichts gesagt Und dass ich dann auch anfing Genauso Dumm Pubertär Gegenzukacken Und Zwischendurch Wir waren halt Wir haben am zweiten Tag Irgendwo außerhalb Oder am Rande Leipzig gedreht Und wir wussten Dass wir danach halt Irgendwie zum Hauptbahnhof müssen Und haben dann halt Die uns da hingefahren haben Gefragt Wie kommen wir danach Wieder zum Hauptbahnhof Ja, weiß nicht Ihr fährt ja so Bahn Oder so Könnt ihr uns denn fahren Ich weiß nicht Ob ich das darf Also ich weiß jetzt auch nicht Und die andere War jetzt nicht ihre Vorgesetzte Irgendwas Und dann kam irgendwann noch So ein anderer Kollege Der meinte Alter, die haben keinen Bock Das sind Firmenwagen Die können nicht fahren Kein Problem Die haben einfach keine Lust Dass das auch am ersten Tag passiert Haben wir an Halle gedreht Der zweite Tag war Leipzig Und das Hotel war auch in Leipzig Und dann hat sie gesagt Also die quasi Die Produktion da ein bisschen übernommen hat Meint ihr Ihr habt jetzt nicht so einen langen Tag Danach könnt ihr denn Keine Ahnung Euch Halle anschauen Oder so Wenn ihr wollt Und dann abends fahren wir dann Alter zum Hotel Können wir nicht Vorher schon zum Hotel Ja, könnt ihr mit den Öffis fahren Und wir waren in Halle Und das Hotel war in Leipzig Alter, ich weiß Ja Dann haben wir dann auch irgendwie Leute gefunden Aber es war jetzt alles sehr verständlich Von wegen Wenn wir euch nicht brauchen Dann macht da was Wir sind nicht zuständig für euch Doch Ja Essen wurde natürlich nicht übernommen Abends Oder im Hotel Habe ich gefragt Ist es mit Frühstück Und ich habe gesagt Ja, ja, ist mit Frühstück Und dann morgens Als ich sie ausgecheckt habe Ich sage Wir müssen das Frühstück noch zahlen Was? Telefon Ja, ich gehe mal kurz ran Bis dann Naja Deswegen war so ein bisschen Bisschen nervig Verständlich Ich habe dann halt nur meinen Booker Dann Also ich weiß Über so eine People-Agentur Habe ich denen nur geschrieben Dass halt alles scheiße lief Und im Detail Habe es auch versucht Nicht zu emotional zu beschreiben Und meinte zum Schluss Nur von wegen Dass er nichts dafür kann Aber dass halt Kollegen Falls sie nochmal anfragen Warnen kann Weil ich halt für die Spinner Nicht mehr drehen werde Aber das ist halt wichtig Dass man weiß Wenn du offiziell gebucht wirst Dass du halt Das ist halt auch so bizar Dass man Natürlich erwartest du Wenn du offiziell gebucht wirst Dass die Basics eingehalten werden Und plötzlich bist du Bei einer offiziellen Produktion Die ja zwar nicht gut bezahlt war Trotzdem Und dann sind die gar nicht da Weil die keine Produktionsfirma haben Weil da nichts stimmt Und du denkst Das kann nicht wahr sein Das habe ich noch nie Also Oh Du musstest so die Aggression Zurückhalten die ganze Zeit Und dann waren wir halt auch Mit der Kollegin natürlich Auch die ganze Zeit so pissig Und ich konnte dann auch nicht irgendwie Die haben mir gefragt Ja das ist bestimmt Total eine krass katastrophale Produktion War Und sie fing an Nein Es ist super so Und ich kann da nicht lügen Ich stand nur da Mit kniffenden Lippen Und macht so Naja Also Und dann ist Okay Musst man halt irgendwas machen Aber ich dachte so Ich Oh Und es bringt ja nichts Wenn du in der Produktion bist Und sagst Ey das ist absolut scheiße Ihr seid nicht informiert Okay dafür könnt ihr nichts Dass ihr es nicht wisst Aber dass ihr euch nicht informiert Und dann euch auch Also beziehungsweise Ich meine selbst wenn die Leute halt irgendwie technisch inkompetent sind Und so die Basics nicht einhalten Ja Kannst du es ja trotzdem so organisieren Dass die Dass du weißt Die Leute die daran beteiligt sind Kommen ins Hotel etc Dass du trotzdem dafür sorgst Also ich meine auch Wenn du halt nicht weißt Okay Was heißt Einstellung Was heißt Take Und das halt einfach irgendwie drehst Kann es ja trotzdem Unabhängig davon Gut organisiert sein Ja Also das ist ja Das waren ja auch nur die drei Jungs Für die Technik Und die haben ja eher Der Teil immer gemacht Ja So Und der eine meinte auch zu mir Wir sind eine kleine Produktionsfirma Hätten wir das gewusst Hätten wir alles abdecken können Wir hätten natürlich Maske, Kostüme Alles am Start haben können Das haben die uns nicht gesagt Die haben explizit gesagt Nur das Drehen Ja Weil die halt einfach Maximal Geld sparen wollten So Ja Ja gut Immobilienbranche ist auch immer Genau wie Banken Am Knausern Ja Und dann auch total sympathisch Waren das halt Einfach die ganzen Plattenbauten Die die halt vertreten Ja So Und Und keiner von dem aus dem Team Hat jemals damit was zu tun gehabt Privat so Und Da denkst du halt auch so So alles irgendwie Eigentumswohnungsbesitzer Ja Und dann Ja Also hier wohnen so Untermenschen Ja Schön 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 Und dann hatten die Also das fand ich halt irgendwie schon interessant Dass die halt einmal im Jahr glaube ich So was so Feste veranstalten Für die Für die Mieter halt so Kinderfeste Mit Hüpfburg und sowas Aber dann kam halt irgendwann schon dieses Äh Äh Dies Dieses Gefühl durch von 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 Brot und Spiele halt irgendwie so Von wegen wenn das Ja Ich wollte es nicht sagen Oh ja Es klingt ja so nach Ja es ist Opium fürs Volk Genau Wenn du es halt ruhig hältst Dann kannst du halt auch sagen Ja ey Wir haben euch Balkone angeknotet Kostet halt einfach mehr Jetzt die Miete oder so Also so Wir machen auch das Fest So Ja Ach das Fest ey Wir müssen auf das Fest Ja Stimmt Naja Das war so Hm Was hat der Klauselmann Äh Ich habe mit Dortmund Ein Musikvideo gedreht Für einen Song den sie Gesungen hat So ein Parodiesong Ähm Auf eine Auf eine Comicfigur Gehe ich davon aus Ja Ein Disney Klassiker Mal kurz parodiert Du hast das gesehen Auf Instagram Nee Das habe ich jetzt mal Achso Ja Nein Schon ja Hast du es gepostet Nein Das hätte ich auch gesehen Ja ich habe so eine Story gepostet Wie ich Was auf die eigene Sache war Ähm Ich sollte eigentlich Unter dem Meer Ehrlich? Ja Ich habe irgendwo glaube ich Ariel gesehen Ja genau Ich sollte halt eigentlich Nur Regie führen Aber singt das nicht Diese Krabbe Und Ja es ist auch nicht Unter dem Meer Ich darf Den Song Lass ich auch noch kurz Geheim halten Aber Eigentlich sollte ich halt Nur Regie führen Dabei Und dann ging es halt darum So ja Wer kann gut tanzen Nee Sie sucht noch jemanden Der Prinz Eric spielt Wer war das? Das ist der Prinz aus Ariel Ich habe es nicht gesehen Naja also So ungefähr Sieht es aus Ich halte es mal Telefon Ähm Ähm Und dann meinten Meinten die Leute Also ihre Twitter-Gemeinde Also sie hat es halt gepostet Niemanden gesucht Der Zeit hat Und das machen kann Und dann meinten die so Ja warum macht das denn Dein Freund nicht Und die sagen So eigentlich Regie finden Was halt so Ja egal Sebastian ich kleide dich ein Ich sprühe dir die Haare schwarz an Du siehst aus wie Guybrush Treatwood Ja Voll gut Ich habe das Guybrush Treatwood Kostüm an Äh Ja Und so ein bisschen was von der Gouverneurin Fehlen halt nur noch irgendwie Drei Piranha Pudel Die euch auseinanderhalten Ja Naja so Das haben wir halt am Wochenende gedreht Am Samstag und Sonntag Und äh Aber ich habe irgendwas gesehen Mit Kontaktlinsen War das das auch? Ja Weil äh Prinz Eric hatte blaue Augen Und ich sollte mir eigentlich Kontaktlinsen reinsetzen Aber es ging einfach nicht Hast du noch nie Kontaktlinsen drin? Ich hatte es einmal für einen Dreh gemacht Da habe ich es mit Biegen und Brechen hinbekommen Nach einer Weile Äh Aber es ging diesmal einfach nicht Es ging wirklich nicht Ich hatte sie auf Du hattest mal welche drin, oder? Ja schon mehrfach, ja Ähm Am schlimmsten auch blinde Kontaktlinsen Ja genau, die hatte ich auch drin Das war das eine Mal, wo ich mich eingesetzt habe Deswegen dachte ich auch Das wird jetzt nicht einfach Aber das wird schon gehen Ja Also mir hat es immer geholfen Ziehen, hochgucken Und dann Ja das habe ich Und nicht draufgucken Das fand ich Das habe ich halt auch versucht Ziehen, hochgucken Selbst wenn ich sie draufgelegt hatte Was ich ein paar Mal hatte Äh Wenn ich den Finger weggenommen habe Hingen sie wieder am Finger Oh Okay Also hingen dann halt einfach fest am Finger Oder ich habe zu früh geblinzelt Und sie eingedrückt Es gibt ja auch noch so Spray extra Dass man die noch ein bisschen feuchter hat Ja das haben wir auch Also du desinfizierst die auch damit Ähm Ne ich habe es einfach nicht hinbekommen Also es ging halt Äh Ging halt partout einfach nicht Ja wenn man da halt eine Sperre hat Dann ist es schwierig Ja also wie gesagt Also Aber kann man da vorher später nicht so einen Trackingfilter Der deine Augen die ganze Zeit fängt Und die sind dann Ja kannst du theoretisch machen Sieht ehrlich gesagt auch besser aus Als eine Kontaktlense Ja dann Aber das ist halt einfach Scheiß Rechenleistung Eine dämlich viel Arbeit Okay Die Rechenleistung ist gar nicht das Problem Aber das ist Du sitzt da halt ewig dran Okay Und die Frage ist halt Ob du Ähm Für ein paar Sekunden Dir wirklich Tage Aufwand Wir reden hier von Tagen Aufwand Okay Machen kannst Ja Ähm Also in sich Ich habe das halt schon mal Letzte Sache zu den Augen Ja Schon mal gemacht Für einen Horrorfilm Wo ich halt dann so Katzenaugen drüber gelegt habe Ja Und das sieht wirklich Wenn du das gut hinbekommst Und das gut getrackt ist Super aus Weil du auch Im Gegensatz zu Kontaktlinsen Die immer so ein bisschen matter sind Kannst du auf die digitalen Augen Eine Reflexion drauflegen Oh okay Und das sieht deswegen Ein bisschen natürlicher aus Ja So Nee Mir ist nur eingefallen Die hatten ja keine Maske am Start Und ich hatte einen Mörderpickel am Hals Und dann hat der Ja nee Das kann man dann halt In der Pause machen Wenn es ein Foto wäre Bestimmt leicht Aber wenn du Frame für Frame Ich weiß ja nicht Was er da machen will Es ist eine Frage des Aufwands Also ich meine Ja geht Das geht alles Aber die haben mit Sicherheit Einen Pauschalpreis Ja Also das Definitiv nicht Also dann definitiv nicht Also Ja Kann ich auch einfach machen Aber das ist halt eine Frage davon Wie viel Zeitaufwand Du daran investieren möchtest Und Das ist auf Video Dauert das halt Ja das habe ich halt auch gedacht Ja Weil die werden ja nicht Mit Hand Frame für Frame Dann halt irgendwie Also das ist ja richtig eine Arbeit Für jemanden Der Falle Also ich meine Du kannst wie gesagt Du kannst es auch digital tracken Und das sollte eigentlich funktionieren Aber irgendwas ist damit halt immer Und Ja Also es ist halt einfach eine Frage Wie viel Arbeitszeit kannst du sinnvoll Da reinstecken Ja So dann Also dann geht alles Irgendwie du kannst auch Auch das Studio Das für Justice League Henry Cavills Schnurrbart entfernt hat Die meinten halt auch Aber das war doch auch so eine Armpimmel Die halt Frame für Frame Gearbeitet haben Und die meinten dann mit mehr Zeit Hätte es auch besser ausgesehen Das ist nicht das Problem Aber die hatten einfach die Hast du das Gefühl gehabt Das war schlecht Hast du es gesehen Justice League Ach Justice League Ach stimmt Ach nee Ich habe ja nur die Mission Achso Ja ja Mission Impossible Hast du gesehen Wo er den Schnurrbart getragen hat Und Justice League Wo er ihn am Set hatte Und sie ihm den Schnurrbart Rausretuschiert haben Ja das stimmt Das habe ich ja nicht gesehen Wo die einfache Lösung eigentlich gewesen wäre Er soll sich den Vollbart wachsen lassen Ja Und dann ist er halt wieder Superman mit Vollbart Was er ja im Man of Steel auch war Ja Anfangs ja Ja genau Er hat er halt einen Vollbart dafür Und dann ist gut Und dann macht man ihn am Ende Halt für einen Shot mal weg Ja Also ich meine das ist ja alles Ja Der Film hat ja noch andere Probleme Übrigens auch gerade der Teaser rausgekommen Für die neue Netflix Serie In der Henry Cavill mitspielt Ab November Welche? The Witcher Basierend auf Wie das spielt oder was? Es basiert auf den Büchern Auf denen auch das Spiel basiert Ach okay Aber der Teaser sieht richtig gut aus Das Daniel die ganze Zeit gespielt hat Ne? Das habe ich halt irgendwie Anfangs diese Trainingsmodi da gesehen Und dann bin ich irgendwie so raus Ich glaube zum Ansehen ist das relativ hart Ich fand es mega unspannend so Ja Also ich glaube wenn du es dir ansiehst Und es gibt halt so viele Sidequests Und du kommst immer vom Weg ab Und hier und da Das ist schon ein bisschen Aber an sich von der Handlung her Und es ist halt auch so eine erwachsene Fantasy Wie Game of Thrones Ja Ja Aber hat Brownie ein Boot? Ja Krass alter Ich habe es gestern irgendwie nur gesehen Was Peter Wurde mir empfohlen Haben wir eigentlich drüber geredet Dass ich geholfen habe Das Segel aufzustellen? What? Nee Am Wahnsinn Den Baum habt ihr ja aufgestellt zusammen Oder was? Zusammen So lang wie das Zimmer hier vielleicht So diagonal oder so? Diagonal ist ja nicht viel länger als jetzt längs Also so in dem Dreh halt Bisschen länger vielleicht das Boot Und die Kabine ist halt relativ klein Okay Unterdecken ein bisschen Platz Also nicht hochseetauglich? Nee Aber es ist halt für ein Wannsee- und Binnengewässer Ja Ich wurde mir irgendwie empfohlen von Deine und Peters Abos so Und da dachte ich so Hä was soll denn das? Hat der jetzt ein Boot? Das Mielsonne-Boat Der Kanal Ja Nee Also das Segel da aufzustellen Das Oder den Baum Das ist eine Heidenarbeit Ich hätte jetzt gedacht Ja Nix da Also wir waren da Ich glaube wir haben zu dritt oder zu viert dran gezogen Okay Und da müssen halt zwei Leute aufpassen Dass der passt Okay In die Halterung Und da wird es halt mit den Feststellbolzen Also das war als er das neu hatte oder was? Eingeschoben Ja Und dann wird das geliefert von der Firma Und dann Nee Nein es ist ja nicht neu Er hat ein Gebrauch das Boot gekauft Was er Jetzt wieder ein bisschen fit macht Und der Baumwahl-Effekt Das hat einen Motor Ja Okay Ich glaube den hat er aber auch ausgetauscht Musst du ihn fragen Zehn Scheine oder was? Möglich Ich weiß es nicht Also es ist halt auch so Zustand in dem seine Wohnung Anfangs war Okay Aber wahrscheinlich alles Was er vorher gedacht hat Kann ich selber machen Ja Also nichts von wegen Ja ja nein Da steckt noch 5000 Durch Handwerker rein Sondern Ja ja genau Immer wenn ich Geld habe Ja okay Aber dann will man das ja auch selber Ja Deswegen wahrscheinlich auch immer nur Meals Weil er damit noch nicht richtig unterwegs ist War Ja sie also genau Seine Freundin und er kochen halt größtenteils Darauf Oder ich weiß auch nicht Also sie waren auch schon noch ein bisschen auf dem Wannsee unterwegs Und dann da schwimmen Aber so richtig lange waren sie noch nicht weg Also das Boot Ja selten Segelschein dann wahrscheinlich Braucht auch noch Arbeit Ja 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 krasser Scheiß Ich glaube er kann das auch Also Sein Vater und so die Teile seiner Familie da Die gehen auch öfter auf Also wirklich dann ins Wasser bei Neuseeland Ja ich meine Ich habe Aber ich dachte Sein Vater ist in Südafrika Ja aber wohnt jetzt in Neuseeland Achso Aber ich fand das halt irgendwie eh Der hat ja damals immer erzählt So Hochseefischen und so Deswegen habe ich mir Ja genau Ja der hat auf jeden Fall Krass Booterfahrung Und weiß halt wie man was Aber Aber kohletechnisch Also ich meine Ich habe da gar keinen Plan von Aber wenn ich dann irgendwie Boot höre Denke ich immer gleich Alter Nein also es war Also wie gesagt Es ist keine Luxusjacht Sondern es ist halt ein kleines Boot Mit Segel und Motor Und gebraucht Und in einem restaurierbedürftigen Zustand Ja Aber wenn ich mir vorstelle Du hast halt einfach mal Fünf oder zehn Scheine dafür Das ist halt dann schon trotzdem Würde ich für mich sagen Immer noch eine Ausgabe Die ordentlich ist Ja Ich weiß gar nicht ob es so viel ist Aber wir können ja beim Golfen Und Whisky mal drüber reden Ja Irgendwann habe ich auch Ein Fahrrad letztens getroffen Und er meinte Wir müssen jetzt schon Feuerzeugbohle planen Weil der weg ist Und weil wir uns ja kennen So das dauert immer ewig Ja Das dauert ewig Aber eigentlich hatten wir auch Zeitweise mal so eine Regelmäßigkeit Und jetzt ist es halt so ewig Dass man einfach mal so Ja Uns alle zusammenkriegt Vielleicht kriegen wir es im Sommer Auch mal wieder Ein bisschen besser hin Im Sommer Sind im Sommer Ja immer ja Solange wir noch Sommer haben Apropos Heute 24 Grad Morgen Kühle 32 Am Donnerstag Entspannte 35 Das ist doch wieder Ein schlechter Scherz Ist es noch okay Ja aber ich meine Selbst wenn du es halt konstant Und wenn du kein großer Fan davon bist Aber du weißt dann halt Worauf du dich einlässt Ist ja dann auch die Feuchtigkeit die Frage Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit Dass du rausgehst Mal Regen Oder so ein Gewitter Wie am Samstag Ja Das war aber auch ganz ordentlich Also in Pankow ist ordentlich was runterkommen Also auch an Bäumen Also hast du gesehen Genau so Bäume haben sich so ein bisschen verabschiedet An ihrer vollen Astpracht Ja Ich musste hier das Fenster zumachen Also Dortmund und ich konnten nicht pennen Weil die Was ist das Die Kastanie Ja Vom Fenster die ganze Zeit Wie Also das war wirklich Sie gesagt Ey lass mich mal bitte nur den Ton aufnehmen Für Atmo Irgendwann brauche ich das So gute Atmo Ja Ach du hast hier damals bei Stiefel aus Stiefel aus Stahl Stiefel aus Stahl 3 Jetzt wird gestiefelt Stiefel aus Guss oder sowas Den Kurzfilm Den wir damals gemacht haben Da hast du auch so geilen Regen Oder so kleines Nachtgewitter unterlegt Das war ja total Schön Ja das Also davon gibt es aber reichlich online Also das aufzunehmen Also das aufzunehmen ist Ja ja Also gerade hier spektakulärer Und Regen ist so oft gut aufgenommen Es gibt jeden Jeden Typen der mit Ton anfängt Der dann seine private Sammlung so aufbaut Und dann irgendwann nach zwei Jahren mal Ein bisschen online Ein bisschen mehr gesucht hat Und dann immer sagt Okay Ist voll der Aufwand Ist nie so gut Wie ich es halt so finden könnte Ich lass es mal Also die einzigen Sachen Die halt wirklich Die man wirklich Lieber selbst aufnehmen sollte Sind gewöhnliche Sachen Oder Niergeräusche Genau Ne also tatsächlich einfach Eine normale Tür Wie die zugeht Eine normale Zimmertür Aber das ist ja schon wieder Anführungszeichen Was ist denn eine normale Tür Naja Eine die Schlossschwere Altbautür Oder im Neubau Die einfach Ja genau Also beide sollte man echt Weil wenn du eine Tür Ne aber wenn du eine Tür suchst Ja Du hast dann immer irgendwelche Schweren Schlosstüren Also es gibt auch so viele Verschiedene Oder so eine Doppeltür Aus einem Restaurant Da sind die Geräusche Dann mal spektakulärer Oder wie du einen Teller abstellst So Sachen Also das lohnt sich halt Was ist auf dem Teller Wie schwer ist der Teller Was ist der Untergrund Genau Weil deswegen lohnt es sich halt Sowas tatsächlich selber aufzunehmen Weil du es dann halt Und aber dann halt wirklich Pappteller auf Glas Pappteller auf Penis Pappteller auf Penis Erigiert Ja Soll ich mal eine Frage raushauen Ja wir sind ja erst 30 Minuten drin Ehrlich Ja Dann fange ich mal meinen Vorlauf Relativ schnell an runter zu pimmeln Ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast Dass jetzt Frank Elstner auch YouTuber geworden ist Schon seit wahrscheinlich ein paar Monaten Nee Aber das ist ja so der Godfather of German TV Show Ja Und seine Show die er sagt Ist auch seine letzte Show Die er jetzt kreiert hat Und halt auch moderiert Und zwar Wetten das war's Heißt seine YouTube Show Oder sein YouTube Kanal Ja Indem er halt immer Leute interviewt Töchliche Stunts macht Nee er ist echt ganz interessante Schöne lange gemütliche Interviews Führt Und da habe ich dann halt einfach gedacht Weil langsam Wenn ich schaue Fernseh Deutschland Ja den Bach runter geht Ist es nicht mehr das Was in den 80ern war Den Bach runter geht Ich glaube wir sind schon unten im Tal angekommen Wir sind nur noch in so einem Stausee Aus deutschen Serien und Fäkalien Daher meine Frage Wie würde unsere Samstagabend TV Show aussehen? Ja 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 Die müsste halt so ein bisschen familientauglich sein Das dürfte jetzt nicht irgendwie ornanieren Von zwei rasierten Pavian sein oder sowas Und dann gucken wir schneller Gut meine erste Idee streiche ich Dachte ich immer so als Anhang so Willkommen zum Pavian Wettunanieren auf RTL Wir geben sofort zurück zu Buschi von der Pavianunaniermeine Ja 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 Also es sollte ja was Buntes sein Ja Bunt, spektakulär Nicht zu intellektuell Ja Sportlich Nachts draußen mit Feuer Also wo man sich als Kind Spät erinnert Sowas wie Klar Wetten das weiß jeder Aber kanntest du noch hier Mike Krügers Show 4 gegen Willi Also Das schlägst du mir vor Aber Pavian Wettunanieren ist gestrichen Oder wie Da hat dann Da hat dann Menschen mit Die einen Finger verloren haben Müssen Willi um die Wette unanieren Das war eine ganz bizarre Show Da hat dann irgendwie Mike Krüger Familien am Abend in seine Show eingeladen In sein Studio Und so ein ganzer Monster Möbelpacker Trupp hat halt das ganze Interieur, das ganze Wohnzimmer der Familie ausgeräumt und im Studio aufgebaut Und es ging dann glaube ich final um dieses Um das Wohnzimmer Ob sie ihr Wohnzimmer behalten dürfen Genau Ernsthaft? Oder ein komplett neues Arschteures mit damals Hi-Fi Stereoanlagen und sowas Und dann war zum Schluss Nein, nein, bei uns geht es darum, ob sie ihr Wohnzimmer behalten dürfen Wir nehmen ihre Einrichtung als Geisel Und sie sind komplett ausgeräumt, wenn sie die Show verlieren Das Geile war, zum Schluss gab es Willi, das war ein Hamster und der ist durch ein Labyrinth gelaufen Und es musste dann halt gewettet werden, welchen Ausgang er nimmt Und danach war dann halt altes Wohnzimmer, neues Wohnzimmer Es gab dann noch andere Spiele vorher Und ich glaube, das war viel gegen Willi mit Mike Krüger Fand ich mega krass als Kind So die Vorstellung, dass du sagst Es wäre jetzt alles weg, alles weg Und alle sind jetzt im Studio Natürlich wäre es wahrscheinlich wochenlang geplant Aber wie es präsentiert wurde und mit dem dabeligen Wissenstand Hat man das Gefühl, die klingeln Die Firmen, die sagt, ja okay 50 Leute kommen rein, splatten alles raus Zehn Minuten später sind sie im Studio Bumm, das ganze Wohnzimmer ist aufgebaut So geht die Show los Finde ich als Grundidee gut Wie gesagt, ich glaube, man sollte den Leuten ihre Einrichtung trotzdem wegnehmen Und vor ihren Augen kaputt machen Das wäre dann aber so, dass man mit irgendwas lockt Dass man sagt, okay Es geht hier um richtig viel Kohle oder neue Einrichtungen Aber die ist definitiv weg, wenn du mitspielst Definitiv Ich will gar nicht sagen, definitiv Du kannst, wenn ich mache, das sind drei Abstufungen Du kannst die Sachen behalten Negativ ist dann, sie werden kaputt geschlagen Du bekommst gar nichts Und positiv bekommst du ein Upgrade Ja, das ist ja so ein bisschen fast wie 4 gegen Willi Ja, aber ich mag, ich finde, ich habe nur dieses Konzept Wenn du dann sagst, ah Tut mir leid, Herr Bernmeier Das war es für ihren Fernseher Und dann siehst du halt vor seinen Augen Wie jemand mit einer Axt den Fernseher kaputt schlägt Also es gibt sowas ähnliches Es gibt diese, die beste Show der Welt Die, weiß nicht, ob es die noch gibt Das ist Joko und Klaas Genau, und da haben sie halt Also natürlich sind es nicht deren Aber die werden als deren präsentiert Deren Ideen von TV-Shows, die umgesetzt werden müssten Und da gab es halt eine Ich glaube, die heißt Dürften wir mal Und da gab es halt immer einen Außenmoderator Der war dann halt bei irgendeiner WG zu Hause Hat geklingelt Dürften wir mal für 20 Euro bei euch reinkommen Ja, alles klar Und dann sind die halt im Schlafzimmer Oder in der Küche Badezimmer Und haben sowas gesagt Dürften wir für 500 Euro Ein Streichelzoo in eurem Dings einbauen In eure Badezimmer Ja, okay Und dann kommen halt sofort Leute rein Schmeißen Stroh rein Stellen zwei Ziegen rein Fünf Hühner Ein paar Hamster und Bombs Also sie schmeißen halt alles rein Nachher nehmen sie natürlich Tiere mit Aber der ganze Dreck ist drin Oder fragen halt Ey, dürften wir dein Zimmer für 1000 Euro schwarz anmalen Und zum Club avancieren irgendwie Und dann kommt halt ein DJ rein Und drei Besoffene mit Alkohol Und bla So eine Dinge Also auch so ein bisschen Mit Kohle Natürlich würde ich sagen Wir würden auch diese TV schon moderieren Und nicht nur kreieren Aber wenn wir uns an diesem Willi Vier gegen Willi Prinzip festhalten Das heißt Wir hätten natürlich wahrscheinlich ausgesucht Das Nicht Publikum Sondern Kandidaten Oder meinst du Du willst spontan klingeln irgendwo Ne, die Leute können sich schon bewerben Du kannst ja was gewinnen Okay Wollen wir Singles WG Familien Was sprechen wir an? Ich würde sagen Wenn du Familien ansprichst Wird es gleichzeitig eine Familienshow, oder? Ja, würde ich auch sagen Das Problem ist auch Wenn du Singles ansprichst Und so Dann bewerben sich halt Leute Die sagen Naja Pass auf Ich will eh mit Gertrude jetzt zusammenziehen Im nächsten Jahr Ich habe nichts zu verlieren Ich habe nur was zu gewinnen Ja, oder halt alle Partystudenten Die sagen von Ich habe eine Matratze in Berlin Ja Ist mir scheißegal Was ihr mit meinem Zimmer macht So Ich habe halt eh nichts Ja, also Familien Okay Wollen wir überlegen Das ist das Zimmer des jungen Horst Kevin Der wünscht sich eine Playstation 5 Ah, Horst Kevin Tut mir leid Ich meine Playstation 5 kannst du noch gewinnen Aber fürs Bett war es das erstmal Das kommt jetzt in Den Schredder 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 Dann haben wir halt so einen riesigen Möbelschredder Geil Es wird auch mal geil Wenn irgendwelche Figuren auftauchen So von wegen Jetzt kommt der Gong Jetzt kommt Bobby Flitter Das sind immer so Figuren Die kurz noch auftauchen Ich hätte auch ehrlich gesagt gerne einen Bagger Der so ein Stück von deinem Haus kaputt machen kann Also sind das Familien mit Häusern Alleinstehenden Häusern Wir können es ja sagen Weißt du Wir lassen das ein bisschen laufen Und dann haben wir auch erstmal Wohnungen und Häuser Und dann irgendwann haben wir so die Premium Edition Und haben dann zufällig nur Familien mit Häusern Und wenn sie dann im Stuhl sind Sagen wir Ja erzähl Also auf diesmal geht es nicht nur um eure Einrichtung Sondern ihr könnt auch auf euer Haus setzen Und dann reißen wir halt mit dem Bagger Für jede falsche Antwort ein Loch in die Fassade Oder ein Panzer Wir mieten ein Panzer Der Bundeswehr geht es jetzt eh den Bach runter Dank Angelräder Kramp Die kann man da hinter das Steuer setzen Ich würde sagen Der Panzer kommt ja gar nicht an Und wenn es mit einem Tieflader von der Bundeswehr kommt Dann kommt der Tieflader nicht an Privat gibt es ja noch ein paar Panzer Das muss ja nichts Neues sein Wir lassen einen Eurofighter aufs Haus fallen Das kriegen wir hin So was Die sind eh nichts wert Also hoffentlich geht der Schleudersitz Das wäre wichtig Das Grundprinzip habe ich noch nicht ganz verstanden Es geht ursprünglich um Einrichtungsgegenstände Oder um ganze Wohnungen Also Um deine ganze Einrichtung Der ganzen Wohnung Der ganzen Haus Ja genau Ursprünglich um die ganze Einrichtung In so Bonusedition Dann nimmst du halt die Fassade mit rein Oder das Auto Zählt sowas wie Toiletten Waschbecken Das zählt alles für Einrichtungen Okay So eine Duschwanne ist auch ein Einrichtungsgegenstand Ja Bekommst ein Upgrade So eine schöne freistehende Wanne Und ansonsten würde halt dir kurzerhand Das aufgestemmt Und die reißen Duschwanne raus Und du hast nur noch den Abfluss und Zulauf da Ja Zerrissen Also es plätschert die ganze Zeit raus Nein du drehst natürlich das Wasser ab Ja aber so ein Zustand wo du weißt Du kannst nichts Neues anschließen Weil das ist abgerissen Das ist jetzt nicht entfernt Sondern abgerissen Nimmst einen Hammer und haust alle Fliesen kaputt So wie es am schnellsten quasi geht Nimmst sie nicht ab Sondern haust sie kaputt Wir haben halt auch so lustige Gesellen So große Türsteherhafte So Don Vito Wie heißt der Achso Vito Ja Vito Vittore Vito Vittore ja So Leute von dem Kaliber Die mit einem Vorschlaghammer bei dir im Bad stehen Und du siehst da schon so Wenn Wolter Da haben wir die ganze Jugend auch Wenn wir die ganzen Instagram Pumper dabei haben Genau So in der nächsten Runde Die Stofftiere Die ganzen Stofftiere Sind die ausführenden Monster bei uns Ja In der nächsten Runde geht es um Euer Badezimmer In dieser Runde könnt ihr eine Whirlpool-Wanne gewinnen Ein freistehendes Waschbecken Eine neue Luxus-Edition an Handtüchern Etc Dann teasern wir das Ganze an Oder wenn ihr verliert Dann schalten wir halt live ins In das Badezimmer Wo dann halt Vito Vittore und Kevin Wolter Mit so einem Vorschlaghammer stehen Schon schlecht getan Dann haben wir halt so einen Field Reporter Und Kevin, wie geht's dir heute? Ja, ein bisschen Ne Ein bisschen unausgelastet Ich würde sagen Also sind wir beide im Studio? Nicht einer von uns ist draußen? Weil so viel draußen passiert Oder einer von uns ist draußen Würde ich sagen Ja Die Frage Ich hab nämlich gerade gedacht Was passiert im Studio? Die Frage ist Wir sind ja dann zu zwei Häusern gleichzeitig Deswegen hätte ich halt eher viel Reporter gesagt Achso, zwei sind das immer? Achso, die Gegenden Ich würde die Gegenden Da antreten lassen Um es noch fieser zu machen Ich hab nämlich gefragt Was passiert im Studio? Sind die Spiele im Studio? Weil wir die Leute im Studio holen? Im Studio und draußen Also halt vor dem Studio Okay In Hürtka-Scheuren Ja, da, klar Wo halt alles passiert Okay The place to be Das heißt, dann sind wir wahrscheinlich doch Beide im Studio Ja Haben halt irgendwelche Kollegen So Ja, also ich würde sagen Sitzpeter moderiert oder sowas Ne, ist auch so unterschiedlich Dann, weißt du Einer von uns moderiert das Spiel an Einer von uns moderiert die Fragerunde Und der andere breitet dann halt schon mal Die Erklärung des Spiels vor Führt da so rein Vielleicht haben wir auch einfach Irgendwelche körperlichen Spiele Die man zu zweit machen muss Mit so einem Zweierteam aus der Familie Genau Die wir dann halt mal vormachen Wie heißt denn die Show? So was, was halt irgendwie Normalerweise monatelanges Brainstormen Das brechen wir jetzt mal runter Auf 30 Sekunden Könntest du ja so ein bisschen An der Tine-Wittler-Show orientieren Einbruch in vier Wänden Ja Nichts wo Klaus und Dirk mit vorkommen Ja, naja Einrichtungstipps mit Klaus und Dirk Klaus und Dirk Alles neu Ja, das ist gut Alles neu macht der Klaus und Dirk Ja, genau Alles neu macht der Klaus und Dirk Das finde ich ganz lustig Weil es so bescheuert ist Ja, okay Wir haben, was ich aber Früher schon gehasst habe Wenn das, ist eine Live-Show, oder? Ja Samstagabend Live-Show Ja, ja, ist eine Live-Show Wir haben keine Musik-Acts Nee Wir haben jetzt nicht von wegen Ah, Sarah Connor singt hier die finnische Parade Die Zeit haben wir nicht Wir müssen den Leuten ein Haus kaputt machen Wieso? Okay Ja, wir haben dann halt einfach so So Acts, so Okay, wir machen mal kurz die Aufwärmrunde Beim Verlierer werden alle Glühlampen kaputt geschossen Was mörderlang dauert Weil es ja live ist Das heißt, du kannst die ganzen Schüsse nicht schneiden aneinander Sondern du siehst Vito Vittore Keine Ahnung Mit so Schützenfestknallen Nein, wir haben dann halt immer Experten dafür Die das Die in jedem Raum schon steht Ja, das heißt Du kannst, du kriegst auch so ganz billig Irgendwelche Olympia-Athleten Das hier ist der deutsche Biathlon-Meister Ja Arne Pimmelmeier Der ist beim Biathlon Beim Biathlon schießt der nie daneben Du kannst aber halt auch einfach Um das breite Volk zu nehmen Dass du halt alle Sportschützen Von jedem kleinen Schützenverein Deutschlands halt nimmst Du stehst in jedem Zimmer Und du nimmst halt nur die direkten Lichter Nicht tausend indirekte Lichter Und bei LEDs Da hast du halt nur von wegen Die Deckenlampen Genau Und dann hast du halt pro Haus Keine Ahnung Elf Schützen oder sowas Das ist halt auch richtig Richtig schön scheiße Und so voll überdoppelt So voll der Aufwand Dass die halt schon in dieser kompletten schlechten Uniform stehen Mit ihren ganzen Sponsoring Oder sonst was Je nachdem Und den Leuten die Lampen kaputt schießt Also richtig auch die Lampen Ja Und die haben dann dieses Schützen Diese komischen Diese Scherpe Und die Schützenschnüre Ja und diese ganzen Ketten Und die ganzen Scheiß Müssen dann in der Uniform dann schießen Ja Und die werden dann wahrscheinlich eh Dass die so schützenfestmäßig drauf sind Haben die dann schon irgendwie immer so Meterweise Korn irgendwie Die die parallel noch verteilen So Und dann schießen die immer rechts und links in die Decke Zweite Fragerunde War die erste Fragerunde Wir gehen einfach schnell durch Wir haben nicht so viel Zeit Ist Sportfragen Und als Strafe haben sie einen Fußballer In dein Wohnzimmer gestellt Geil Der einfach voll Ey wir nehmen alle Vereine Deutschlands Wir nehmen halt auch irgendwie Den besten Kreisliga Keeper Der holzt dann halt einfach voll drauf Mit dem Fußball im Wohnzimmer Jeder hat irgendwie so eine Wand Wo irgendwie DVDs Fotos von der Familie Irgendwie teure Vitrinen Sonst was Immer da wird halt Drei Fußball Wie so ein Fußball-Wand-Tor schießen Da heißt es Drei Bälle Drei Bälle auf eine Wand Oder auf ein Zimmer Einfaches Konzept Drei Fragen Und dann Du kannst die Bonusfrage riskieren Und da geht's auf den Fernseher Wow Ja Aber ich würde sagen Wenn das jetzt so einer wie da Obwohl Wenn da gut mit dich getroffen wird An einer der an der Wand ist Dann knackt's auf Und die sollen sich nicht zurückhalten Freistoß Also Ja brauchst halt auf jeden Fall Platz Ja Aber das machen dann Vito und Kevin Die können ja halt mal deinen Tisch Und sonst was beiseite rollen Ja eben Wie gesagt Und das hat halt so ein bisschen Dieses Risk-Reward-Prinzip Die Leute Je gieriger du wirst Desto größer ist halt das Risiko für dich Das Geile ist glaube ich Auch wenn die so in den ersten beiden Runden mal gewinnen Dann haben die Dann haben wir die so angefüttert Ja Weil vorher wird wahrscheinlich dann halt irgendwie Die Mama oder sonst was sagen Und dann gibt's halt oft die Klischees Dass der Papa dann spielt Ja In jeder Runde spielt dann anderer Von der Familie Ja Also ich meine Darf auch entscheiden Genau Das heißt irgendwie so eine So eine Aussage wie Und die anderen sieht man in so einer stummen Kabine Ob sie mit der Entscheidung d'accord sind oder nicht Und dann so eine bizarren Entscheidung Wie das Familienauto Irgendwie so ein scheiß teurer SUV Der Papa unbedingt wollte Darf dann der fünfjährige Sohn setzen oder so Dass nicht halt der Vater sagt Okay das ist meins Sondern der fünfjährige Sohn sagt Wo du sagst Alter du kriegst eine Playstation Überlege es mal Und er hat nicht im Kopf Dass das Auto 25.000 kostet oder so Und du hast auf jeder Seite einen Monster Truck Die das in zwei reißt Wie damals dieser Wie heißt das Als diesen Druck Unterdruck Als das hier mit den Elf Pferden Die diese Achso wenn man gefiert halt wird Ne ich meine als hier Nachgewicht wurde Ach diese Kugel Ja ja die Vakuum Genau So bloß mit Monster Trucks Ja Wir würden dann halt die Autos Schon so leicht anflexen Dass sie halt definitiv reißen Und nicht nur irgendwie hinten Auspuff abgerissen wird Und vorne Aber die Sache ist Okay eine Seite verliert ihr immer Wir müssen irgendwas haben Wo immer wo kein Gleichstand Wo kein Draw Game Entstehen wird Oder anders Aber es wäre auch cool Weil es könnten ja auch Beide falsch liegen Dass wir plötzlich zwei Autos zerreißen Ich glaube auch nicht Dass eine Seite unbedingt Immer verlieren sollte Außer es geht um so Bonusspiele Ja Ähm Und wenn so ein Haus Dann hast du halt dann irgendwie Freiwillige Feuerwehr Von Erkenschwick Sonst was Die professionell schon mal Alles eingewählt hat Ja So in der Kleidung Brandbeschleuniger Wir haben auch keine Zeit Ja Ja Dann kannst du Und die Spiele Die Spiele können halt thematisch Immer passen Irgendwie für die Fürs Bad Gibt es halt so eine Tauchrunde Wo du Sachen von Unten vom Becken Wieder hochholen musst Geil Und die Familie Weiß nicht Was nächste Runde passiert Und muss Musst Leute Also muss Leute Schicken aus der Familie Und eventuell haben sie sowas wie Wir nehmen unsere Vierjährige Emily Und die muss dann plötzlich Gegen Judoka Plötzlich antreten Weil ich dummerweise Also Sachen wo du weißt Der Vater hätte es schon nicht hingekriegt Aber die Kleine Ja Oder eine Richtung Ist dann halt einfach Keine Ahnung Dass du Dass du gegen Gegen irgendwie so Einen Finnen antrittst Und musst selbst Gebrannten trinken Oder so Und du darfst halt Nicht kotzen Weil das halt echt Timing mäßig Irgendwann langsam Weil ich würde für Zuschauer Du kannst halt so einen Edlen Holz- und Lederschrank Voller teurem Whisky gewinnen So Oder sämtliche Getränke Und Gläser Deiner Küche Werden zu klump geschlagen Und falls du halt Eine Minibar hast Wäre natürlich auch Matsch Und es wird auch nicht Aufgeräumt Also wenn du nach Hause kommst In Unterwäsche Stehst du eventuell Einfach vor einer Komplett ruinierten Einrichtung Boah das letzte ist wirklich Dass du das letzte Hemd Aus den Studiogästen ziehst Das sagen Jetzt hast du nichts mehr Was wollt ihr setzen Ihr habt ja noch eure Klamotten Ja Vielleicht heißt die schon auch so Bis aufs letzte Hemd Mit Dirk und Klaus Nice Wir entwickeln uns Ja die Sache ist halt echt Das wäre glaube ich Einmal Und dann würde uns Der Sender absetzen Also ohne Quote Beziehungsweise Das könnte ich mir vorstellen Dass die Quote echt Durch die Decke geht Einfach diese Ja dieses Gaffertum Was wir dann halt Dann irgendwie damit Reizen So Das ist wie eine Das ist wie so ein Ewiger Unfall Es würde ja auch Niemand Also in den seltensten Fällen Würde jemand komplett verlieren Das wäre glaube ich Das Gute Du hast dann halt irgendwie Eventuell ist dein Fernseher Enttrümmer Dafür hast du halt so eine 20.000 Euro Küche gewonnen Ich habe gerade gedacht Was man da noch so hat Aber das wäre dann halt Nicht mehr wahrscheinlich Zu lustig Aber wenn man nur sagt Das wäre so Eine der letzten Runden Wäre es Erase your memories Und dass du dann halt Einfach so eine So eine leichte Schocktherapie kriegst Und sagst Setz einfach nur Dein Ich sag mal so Die letzten 20 Jahre Deine Erinnerung Aufs Spiel Aber Aber dafür Könnten wir dir definitiv 20 tolle Jahre Schenken Also finanziell abgesichert Du hast halt So eine Sofortrente Oder was Das ist halt dann So was Das sagt 12.000 pro Monat Dafür Könnten wir aber auch 12 Deine Jahre Der Clown Ich dachte bei Erase your memories Eher so an Wir löschen jetzt Alle deine Festplatten Bei dir im Haus Okay Und brennen alle Fotoalben nieder Das wäre wahrscheinlich cooler Ja Und machbarer Ja genau Dass man auch sagt Von den Sämtlichen Cloud-Zugängen Alles was du hast Ist alles weg Alles gelöscht Ja Das war Wie gesagt Du kannst halt auch Mit so Aufwärmenrunden Fangen so mit einer Locken und Aufwärmenrunde an Jetzt mal alle Familienhandys Hier in eine Schüssel Ja genau So Ihr könnt alle Ihr bekommt alle Das neueste Smartphone Von unserem Sponsor Sony oder so Je nachdem welcher Technikhersteller Wahnsinnig genug ist dafür Ja Und entweder Die werden geschreddert Oder ihr gewinnt alle Ein neues Telefon Ja Oh geil Und dann würde ich so Es gibt ja Leute Also es gibt ja natürlich Taschendiebe und sowas Ja Und dann Und dann gibt es ja Leute Auch die das so quasi Trainiert haben Die das aber immer machen Um zu zeigen Wie gefährlich das ist Ja Und dann würden wir halt So eine Runde machen Ist halt einfach ganz leicht Die müssten durch eine Menschenmenge von 50 Leuten Ja In so einen ganz engen Kanal gehen Ja Und die wissen Sie werden bestohlen Ja Aber sie dürfen halt Nichts machen wie Ich halte irgendwas fest Oder sonst was Und zum Schluss geht es nicht Von wegen Was wurde gestohlen Sondern wer hat Und dann stehen die 50 Menschen da Und wenn sie halt darauf kommen Es sind wirklich deren Sachen Deren Arme Und deren Portemonnaie Deren Handy Sowas Und wenn sie halt darauf kommen Dann wird das halt Upgradet Wenn nicht ist das weg Portemonnaie Die ganzen Scheißkarten Alles Jeder bekommt eine neue Smartwatch Von der Familie Wenn sie Ja Und jeder hat es immer An der gleichen Stelle Es ist jetzt nicht von wegen Okay ich schnüre das mir enger Ich mache eine Kette dran Sondern die kriegen dann halt Alle einheitlich Die gleichen Klamotten So wo so ein Pickpocket Thief Halt irgendwie einfach sagt Das Ding fällt von Leine raus Geil Die müssen wahrscheinlich Auch noch Kartons tragen Dass sie halt nichts machen können Ja okay Aber Also die Preise Die müssen echt knaller sein Dass man halt auch nicht Da steht wie Teufel Ja aber das kriegst du halt Du bekommst halt irgendwie Du kannst eine Einrichtung Insgesamt einen Wert von 500.000 oder so gewinnen Ja Ja Also halt wirklich Und das Gute ist halt Weil es halt so viel Scheiß ist Das kannst du dir halt Zusammensponsern lassen Von irgendwelchen großen Herstellern Ja Ich meine das ist halt immer so Du hast es so eine Show Von Küchengenital Die neue 3D-Smarthome-Luxusküche Im Wert von 60.000 Euro Ja vielleicht haben wir so ein bisschen Der Preis ist heiß angehaucht Dass es halt eine Dauerwerbung ist Und wir keine Werbung schalten müssen Ja genau Sondern alles wird gesponsert Ja eben Also auch vielleicht ein Spiel Wo das Produkt nachher nicht auftaucht Weil sie verloren haben Aber vorher gibt es halt Keine Ahnung Eine halbe Minute Gibt es halt einfach einen Sponsor Von wegen das und das Wer dann euer ist Und das machen wir auch nicht Das ist für uns nicht halt blutig Nein Nein Genau Es ist halt dann einfach so Ich meine die Spiele Wir brauchen ja eh die Artikel Warum sollen die Firmen das nicht sponsern Ja Warum sollen wir das bezahlen Ja Wie Galileo Die hauen ja auch nicht jeden Tag Eine selbstgekaufte PS4 raus Sondern das hat ja auch immer Ja eben Genau Und ich meine Wir machen ja nichts anderes Als eine Dauerwerbesendung Wir stellen das halt einmal Komplett vor Ja Oder es wird halt einmal Komplett vorgestellt Und auch für die Leute Ist es ja Du hast ja durchaus die Möglichkeit Zu gewinnen Wie gesagt Ich glaube dass jemand Alles verliert Ist sehr unwahrscheinlich Wäre aber schon schade Ja aber du bewirbst dich ja auch Also du musst ja auch schon Ja 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 krass Ja und ich glaube Also ich würde mal Von der Rechnung sagen Wenn wir halt so viel an Preisgeldern ausloben Wenn wir nur das Bad bei jemandem neu machen Ist der theoretisch schon im Plus Wie egal was noch passiert Oder was meinst du jetzt Ja Ich meine Wenn das Auto kaputt Und sonst was hat er trotzdem noch Plus durchs Bad Naja okay Das muss ja ganz schön Gut Auto Auto noch kaputt Wenn das Auto noch drin ist Ja wahrscheinlich nicht Aber ansonsten Wenn du halt das Bad für 20.000 Oder 30.000 neu machst Aber wenn man bei dir zum Beispiel Alle Elektronik platt machen würde Ja aber wie viele Leute Haben denn so viel Elektronik zum Schneiden Für Fotos Für Kamera Etc zu Hause Okay Also die meisten Leute Sind ja einfach normal Zum Leben eingerichtet Ja So wie bei mir Wo halt einfach echt Nicht viel Elektronik wäre Ja Genau Du hast halt deinen Fernseher Und einen Computer Also halt wie jeder Der hat nicht Und nicht aktuell ist Nichts wo du sagst Ja Klar wenn du so eine Familie hast Wo der Vater sagt Ich brauche auf jeden Fall Oder Hobbyfotografen Die haben ja auch irgendwie Gerne mal Ja Ja aber ich meine Das ist ja auch glaube ich Der Trend Was du ja meintest Von wegen den Otto Normalverbrauch Ja genau Er braucht die Peak-Sachen Ja Die leistungsstarken Jedes Jahr Ja 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 das wäre Ja eigentlich Relativ schnell Eine runde Sache Ja Würde ich auch Also würde ich auch sagen Das kommt dann auf die Spiele an Ja Und du kannst halt auch so Wenn ich hier so auf die grüne Ecke gucke So viele schöne Warmmachspiele So wir zünden jetzt Alle eure Zimmerpflanzen an Stimmt Wir haben die Spiele Insgeheim Ja genau Ja also halt wirklich Die Spielepflanzen auch schon wieder hart Weil du so Leben zerstörst Ja aber Ist halt eine harte Show Ja weiß ich Da würde ich sagen Kann man dir ja nicht einfach sagen Wir pflanzen hier halt alle Auf den städtischen Friedhof ein Ja oder so Könnt euch die immer besuchen Ja Also könnt ihr immer hingehen Müsst ihr aber zum Friedhof gehen Ja gruselig Wir schmeißen eure ganzen Klamotten In die alte Kleidertonne Ja genau Oder halt einfach sofort Alles an die Wohlfahrt Ja Dass man halt sagt Von wegen Das geht städtischen Obdachlosenheim Ja Oder sonst was Dass du sagst Das wird nicht irgendwo in Afrika Nochmal verkauft Sondern sofort Ja das finde ich irgendwie ganz geil Ja und die Spiele Da kannst du ja alle möglichen Einfachen Spiele machen Die man halt so kennt Ja so ein bisschen Geschicklichkeit Sowas wie Schlag den Raab Sowas in die Richtung Dass du halt ein paar Körperliche Sachen hast Auch wie gesagt Das darf ja nicht zu intellektuell sein Aber so ein paar Ratespiele Das ist interessant natürlich Weil Schlag den Raab War manchmal auch Dass es dann In den späteren Spielen Groß um die Wurst ging Es hat einfach nur darum Von wegen Eine Münze in den Becher zu schnitten Oder so Ja Und man weiß von wegen Jetzt geht es einfach nur darum Nerven zu behalten Das hat der nicht mehr Weil er hat vielleicht schon Das Wohnzimmer verloren Die Küche halt gewonnen Aber jetzt geht es um seine Karre Und er soll halt einfach Nur eine Münze reinschnitten So und hat drei Versuche Zeit Und er spielt nicht gegen irgendjemanden Sondern er muss es in drei Versuche Hinkriegen Es geht nur um die Zeit Auf der Carrera Bahn Oder so Ja Und du darfst Ich kann das Ich kann das Du darfst halt nur dreimal Ein Auto aus der Bahn Schmeißen lassen Das ist immer so Muss die Kurven halt Weniger Power Ja das wäre Ganz cool Das ist halt auch Also keine Demütigung Der einzelnen Kandidaten Nee Und wie gesagt Jeder hat auch Bis zu einem gewissen Grad Selber in der Hand Wie viel er oder sie riskiert Ja Und je nach Kandidat Wird auch ganz genau erklärt Was das bedeutet Also wenn er sagt Du hast jetzt nur das Kind Das auch ganz klar gesagt wird Was das bedeutet Ja Natürlich ist die Entscheidungsgewalt Das ist schon heftig Wenn man jetzt sagt Du bist der fünfjährige Entscheider Ob der Volvo geschreddert wird Und dann sagt Alter der kriegt ein PS4 Auf jeden Fall Das ist ja natürlich Dann hätten wir ein bisschen Schwierigkeiten Vielleicht später Aber Ja Also ich habe auch gedacht Wenn es halt auch einfach so was ist Wo du was Wohltätiges tust Und gar nichts kaputt machst Sondern immer nur wegnimmst Wäre natürlich auch geil Ja Dass du sagst Okay ich kann jetzt kein Klo Auf Anhieb so schnell wegnehmen Aber ich kann die ganzen Einrichtungsgegenstände nehmen Und sagen Die werden halt verschenkt Ja So Also jetzt irgendwie Bedürftige Sonst was Das ist halt alles verschenkt Ja Und das heißt Und das ist in eurem Namen Nicht ihr seid die sind es Sondern ihr seid die Guten Also entweder Es ist euers Oder ihr seid die Guten Ihr gewinnt eh Ja So Ich glaube Zerstörung Bezieht halt mehr Zuschauer Aber ich Aber Das ist so eine Mischung Aber genau Also wir sollten ja tatsächlich Also auch mit den Ja Also bei allen Sachen Wir nehmen halt Schönes Geschirr Und uns was raus Aber den Schrank Den macht Kevin kaputt Ja Weiß ich Ja ja genau Ja Ja Fände ich ganz gut Ja Bis aufs letzte Hemd Und dass man dann vielleicht Auch sowas macht wie Hinten haben die vielleicht So eine fette Also wenn ihr jetzt so Haus mit Garten Und die sagen dann von wegen Ja hier fette Wiese Wo wir mal grillen Und dann Wenn ihr jetzt das gewinnt Dann könnt ihr halt So ein High-End Greml Blablabla Wenn nicht Großes Thema aufforsten Euer ganzer Garten Wird Wald So Wir stellen halt Fichten Und alles rein Was richtig gut CO2 Schluckt Und es ist aber Nur noch Wald Ihr könnt ja nichts machen Dichtbäume wie geht Und Platz Und sonst dürft ihr nichts Weitermachen Da kann kein Grill mehr stehen Nichts Aber ihr habt plötzlich Einen Gartenwald So Sind die der Knaller Fände ich auch geil Hast du nochmal so Die ganze Friday for Future Generation Auch nochmal so getriggert Ja Nö Finde ich Ja Ja Klingt rund für mich Wie weit sind wir? Also ich würde es auch gucken 56 Minuten Bis aufs letzte Hemd Mit Dirk und Klaus Das kann man auch so gut mitgrönen Hallo wir sind Dirk und Klaus Und wir spielen heute Und dann ins Publikum Bis aufs letzte Hemd Wuhu Und wir kommen rechts Und links rein So a la Wrestling Manier Mit als Ric Flair Gänge kopieren Mit sprühenden Funken Und ich komme mit dem alten Was hat er nochmal geholt? Diesen Holzflock Oh Ah Hacksaw Jim Dögen Ja Dieses Brett Ja Was war das? Irgendwie so ein Von so einer Föderierten Ach Ich war vor noch Irgendwas angeblich war Aber ja Ja Und auf den Promofotos Stehen wir beide In so einem schmutzigen Unterhemd Ja Und das Geile ist Jede Show machen wir so Wie so eine türkische Hochzeit Dass wir uns sofort immer umziehen Wir haben jetzt irgendwie Wir kommen rein Mit schönen Anzügen Sonst was Und dann wenn wir jetzt irgendwie so spielen Als ob wir immer mitmachen Ja Immer die Irritation So von wegen Jetzt heißt es Sprinten in Lauf dein Preis Oder sonst was Und kommen wir halt raus Und haben halt so eine knappe Sprintklamotten Und moderieren aber nur Wir haben diese richtig knappen Dinger Ahnung moderieren nur Und dann heißt es jetzt Weiß ich nicht Ich friss dich warm Und wir sehen halt aus wie Weiß ich nicht Wie dieser komische Bekannte Pizzabäcker aus Simpsons oder so Und moderieren aber nur Ja Ihr fresst heute gegen Jumbo Schreiner Gibt's den noch? Die ganze Familie Darf gegen Jumbo Schreiner Ein Schnitzel essen Geil Und der kommt rein Im Gabelstapler Auf dem Gabelstapler Jumbo Jumbo Ja gut Ich würd's mir ansehen Ja eh definitiv Also die Wiederholung Ich moderier's ja mit dir Das Ganze wird gesponsert Der Hauptsponsor ist bei uns Dann halt Kosel Wir sind die ganze Zeit Mit so einem Ziegenbock Immer so live moderiert Ja und jetzt Ah Ah Oh sei doch mal still Ah Das macht's auf jeden Fall Immer richtig gut Wenn du noch so ein tierisches Maskottchen hast Ja So wie der 1. FC Köln Mit Hennes Hennes Ja Ja Gut dann würde ich sagen Samstag 2015 Für euch Auf jeden Fall Welcher Sender Wird das nehmen? RTL Was? RTL oder? Echt? Ich hab jetzt gedacht ARD oder sowas Und dann so ein Eurovisionsproduktion Ja Dass wir Österreich Und Schweiz noch haben Dass wir so sagen Österreich Schweiz Deutschland Willkommen bei Dirk und Klaus Bis aufs letzte Hemd Und dann die Eurovision Ich hatte eher die Privaten gesagt Aber auf der anderen Seite Ja Hauptsache Endemolen Sag ich mal Ja weil ich dachte halt Von wegen Dass die große Zeit Der Samstagabendshows Der Öffentlich-Rechtlichen So vorbei ist Dass wir die so Da wieder zurückholen könnten Wir wären jung Innovativ Neue Ideen Würden halt komplett Die ganzen Privaten Damit platt machen quasi Und dann sagen Hier Weiß nicht Gedenken an Einen alten Rademann Ne Rademann Rademacher Der Traumschiff Produzent Der verstorben Ja Rademacher Oder wie Harald Schmidt Aber sagt YouTube Ganz verwirrt Mittlerweile Der alte Mann Ja Ja dann Ja wir sind übrigens Mehr oder weniger Live heute Am selben Tag Leider Enge Kiste Aber wir mussten halt Die erste Folge von Dirk und Klaus Bis aufs letzte Hemd Produzieren Bis dann Tschüss